Zum Geburtstag, wie früher, zum Geburtstag, wie früher, zum Geburtstag, wie früher. Zum Geburtstag, wie früher, zum Geburtstag, wie früher, zum Geburtstag, wie früher. Und heute dürfen wir, Freitag der 13. ist für uns ein Glückstag, weil du geboren bist. Genau an diesem Tag bist du geboren. Und du bist unser großes Vorbild in vielen Gebieten. Und ich möchte dich auch kurz erwähnen. Wir sind hier in dem wunderbaren Blabutscher-Schlösser. Wir dürfen hier singen lernen und uns einfinden, um gemeinsam Feste zu feiern. Aber wisst ihr, wenn ihr herkommt, es schaut alles merkenhaft aus. Es ist alles wunderschön anzuschauen. Das ist das Lebenswerk von Alfred. Der Alfred hat es übernommen als eine Ruine. Man kann es nicht glauben. Und diese handwerklichen Fähigkeiten, diese Liebe zum Detail als Künstler. Ihr müsst euch vorstellen, es war alles verbutzt. Und durch die Hand von Alfred sind Fressen hervorgekommen, die er liebevoll rekonstruiert und restauriert hat. Wunderschön. Das ist eine Seite von Alfred, diese Schlösser hier. Dann habt ihr den Park gesehen. Das ist die zweite Seite. Die Liebe zur Natur. Also wenn man durch den Park geht, wie viele seltene Pflanzen und Bäume hier sind. Und Alfred kennt sich auch sehr gut aus mit Kräuter und Medizin. Und die Beratungen, man kann bei ihm wirklich sorgenlos werden. Das ist eine wunderbare Seite von dir. Und das dritte ist die Musik. Du liebst Musik. Du singst selbst. Wir haben letztes Jahr schon in den Genuss gekommen. Und diese Musik überträgt sich auch auf deine Partnerin. Weil es ist sozusagen eine Kunst, jemanden zu gewinnen, das sicher. Aber an der Seite jemanden zu haben, hinter einem starken Mann steht eine starke Frau. Jemanden zu haben, der begleitet und all diese Bereiche unterstützt und mitträgt. Und so wünschen wir dir weiterhin viel Glück und viel Segen. Und danke, dass du uns so willkommen hast und wir heute mit dir feiern dürfen. Alles Gute zum Geburtstag. Wir dürfen dir jetzt auch alle... Ah, der hat mich schon gestorben, schuldig. Wir dürfen dir auch alle heißen. Ja, ja, ja. Also beiträgt. Ich gratuliere doch. Ja, danke. 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 Gibt es noch einen? Ja, ja, Sabine, hinaus. Ist zu warm. Ist zu warm? Okay, dann tun wir sie raus. In der Pause. In der ganzen Sänger, wir werden. Danke. Ich darf Sie jetzt im Namen aller ganz herzlich zum Adventsingen begrüßen. Und dieses Adventsingen ist deswegen möglich, weil einerseits, wo haben wir es denn, unsere liebe Therese, dafür sorgt, dass wir möglichst die Noten treffen, die wir singen sollten. Das heißt, ohne Therese wären wir nicht hier. Wir wären auch nicht hier, wenn wir nicht zwei Gastgeber sozusagen hätten, die froh sind, wenn wir ihnen die Mäuse und Ratten vertreiben. Und dafür möchten wir uns natürlich auch ganz herzlich bedanken. Der liebe Alfred hat heute schon Geburtstagsrosen bekommen, aber wie gesagt, hinter jedem starken oder erfolgreichen Mann steht auch eine starke Frau. Und deswegen möchten wir uns auch bei der Traune ganz herzlich bedanken. Vielen Dank. 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 Nimm mal, da wird von mir lebt. Ihr wünscht mir von Herzen die süßeste Ruhr. Die Engel vom Himmel, sie denken nichts nur. Ei, 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 schlau, süß, wer hat's nie abs geht.